WhatsApp ist in diesen Tagen immer wieder in den Medien. Wie ihr hier seht, kann man kaum News-Seiten aufschlagen, ohne das Thema WhatsApp zu lesen. Doch was ist da wirklich dran? Mehr Schein als Sein oder neue Features? Im Grunde genommen einfach mehr Dinge, wie Facebook Geld machen kann. Facebook wird dieses Jahr in WhatsApp-Werbung einbauen, denn dieses Jahr ist es vertraglich erst erlaubt, dass in WhatsApp-Werbung eingebaut wird. Das haben die beiden Gründer festgelegt und dieses Jahr wird es ähnlich über Instagram auch in den WhatsApp-Stories soweit sein. Außerdem soll es einen Dunkelmodus geben, einen Dark-Mode. In den Daten der App sieht man schon, dass es ergeben soll, dass alles insgesamt dunkler dargestellt wird. Weiterhin wird in WhatsApp eine Zahldienst eingeführt, mit dem man sich per Paypal einmelden kann. Soll wahrscheinlich WhatsApp per heißen. WhatsApp ist gerade das Thema in den Medien. Wie ihr hier seht, wird das meiste einfach nur ein neues Feature sein oder, wie ich schon vorher sagte, eine Möglichkeit, dass Facebook mehr Geld verdient. Alles nicht so schön, aber auch nicht so schlimm, wie es in den Medien dargestellt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017